So, ich schaue jetzt mal, ob man hier noch irgendwas schieben kann. Das ist irgendwie ein Mädchen. Weiß nicht, irgendwie wahrscheinlich... Haben sie das vorhin gesagt? Also hier ist nichts versteckt. Ein... Boah, die Statue ist natürlich sauschwer. Aber es könnte ja was drunter sein. Oh, die stehen jetzt hier ganz durcheinander. Oh, feste, 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 feste. Ne, ich sehe nicht so aus, als ob da was wäre. Das wäre doch zu verlockend gewesen, da wirklich was drunter zu verstecken. Aber nein. Gut, die anderen Sachen haben wir schon. Die sind nicht ziehbar. Den haben wir auch schon. Jetzt gucken wir einfach mal hier lang. That storage is no place for her. Was hat sie gesagt? Oh, da hat es der Bass wieder gesagt. Eine Feder war da versteckt da oben drauf. Und hier, okay. Das ist jetzt eine Art Labyrinth. Da oben ist was versteckt. Zwei Tanki Pearls. Und da müssen wir wahrscheinlich... Was ist das? Da ist was versteckt. Also jetzt schieben wir hier einfach mal das runter. So, hier rüber. Kann man mit denen irgendwas machen? Die blinken so schön. Moonvale Bones. Aber, ne, kann man nur anklicken. Da hat es Tanki Pearls. Genau. Jetzt können wir hier... Es wird natürlich unter jedem auch was versteckt sein. Jetzt mache ich das aber anders. Ich mache das mal so. Damit wir wirklich über alles, unter alles mal drunter gucken können. Aber du sollst dich nicht da in die Ecke stellen. Halt! Halt, 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 halt. So, und jetzt hier schieben. Einfach mal ein bisschen Tetris spielen. So, da unten ist nichts. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? So komme ich da natürlich nicht rein. So, da ist nichts drunter. Ne, das möchte ich gern so mal hier haben. Wobei, dann mache ich mir hier zu. Aber jetzt gucke ich einfach mal, wie ich hier weiterkomme. So. Lass mal sehen, ob der Bob fast drunter ist. Haha. Meine Feder. Wer hätte es gedacht. Vielleicht könnte man ja sogar die... Ach, ne, ich kann ja nicht nach oben. Ne, das geht nicht. Ich kann wirklich nur in Schienenrichtung schieben. Gut, dann räumen wir hier wieder ein bisschen nach oben auf, damit wir nach unten können. Zum Beispiel der und der. Und dann der Blumenkasten, wie auch immer der hier unten vegetieren kann. Und das machen wir mal so, damit wir nachher auch wieder rauskommen. So. Jetzt gucken wir mal, was hier hinten ist. Da ist nichts versteckt. Und hier... Salz und Notrio mit Ohr. Okay. Das andere ist alles fest. Gucken wir mal hier. Die Kiste dreht sich. Ach, die kann man ja auch bewegen. Da haben jetzt irgendwann gar keine runtergeguckt. Wir haben doch ein paar Kisten gesehen, oder? Oh, da war nix. Oh, das ist feste. Aber ich glaube, da ist auch nichts. Aber bei den Sachen, da denkt man dann eher auch, das ist Statik. Da ist nix, aber... Dieser? Ne. Ja, die Lady müssten wir ja auch schieben können. Aber nichts versteckt. Und hier oben. Ne, da war auch nix. Hier wird es ja schon etwas grüner, hier außerhalb der Tore. Und auch Grillen hört man zirpen, aber... Naja. Hier ist halt einfach Eis. So. Was haben wir denn noch? Den Anker? Ne, den kann man auch nicht. Das hier. Wobei das ja alles so weiß ist und voller Schnee, dass man wahrscheinlich irgendwelche Federn sogar recht einfach übersehen könnte. Da ist ein Schild. The Flying Shark. Der Fliegende. Ach, da ist ja die Serie. Mit ihrem Onkel, der da rumzittert. A young woman greets you with a friendly smile. It's Syria, world's girlfriend, from Northrop. Heya, how is it really you? Wow, is it really you, Mr. L? I didn't think I'd come across anyone familiar this far away. Except for Uncle Catdog. But well, he's not in any shape to chat with, is he? Die freut sich tierisch, dass sie jemanden sieht, den sie kennt. Vor allem so weit weg von zu Hause. Und dass sie mit jemandem reden kann. Weil, ähm... Naja. Sie kennt hier niemanden außer Catdog, aber der ist gerade nicht sehr talkative. Hallo, Serie. Was macht ihr denn hier? Was machst du hier überhaupt, Mr. L? Sie nennt mich nur Mr. L? You're not like following me around, are you? Sie vermutet, dass ich sie... Oder sie fragt sich, ob ich sie quasi verfolge. Did my parents send you on my tail because I left home to find mom's diamond or word? Have you heard anything about word? Sie vermutet, dass die Eltern mich geschickt haben oder vielleicht sogar der Word. Und fragt mich, ob ich was von ihm gehört habe. The girl blushes when she mentions her boyfriend. Bisschen rot wird sie dabei. How did word take it when I went to find the diamond? I sure hope he didn't like get too mad at me. Macht sich auch ein bisschen Sorgen und fragt sich, was der Word wohl wieder aufgenommen hat, als er gehört hat, dass sie diesen Diamanten suchen geht. When I arrived at Northrop, everyone except for Word has been turned to stone and later Word was kidnapped by the evil king Exile. Ich erzähle, was passiert ist und was mit Word passiert ist. What? You mean like for real? You aren't kidding? My parents turned to stone and Word? It's just like Word getting himself into trouble. I've got to save him. I'll show them not to mess with my boyfriend. The petite figure looks as fierce as a dragon hornet, ready to provide any threatening creature with a burning sting. Sie ist sehr empört drüber, was da passiert ist und bereit, ihren Word aus jeglicher Situation zu befreien. I'll leave just as soon as I find a way to help my poor uncle, Catdog. Don't worry, Uncle. I'm here to help you. I suppose you don't like to have any ideas how we could unfreeze our magically frozen man. Sie wird sich sofort auf den Weg machen, aber erst möchte sie natürlich ihrem Onkel helfen und fragt, ob ich mir eine Idee hätte, wie man ihn befreien kann. Natürlich habe ich noch nicht unbedingt eine Idee und frage jetzt mal, was sie hier überhaupt macht. Well, I came here because I lost Mom's diamond, didn't I? You know, the pretty blue one she always wore. A really big fish caught it just when I was using it as bait. I've been trying to find that fish for like ages, but then I remembered Uncle Catdog and thought he could help me find it. But I found him like all shaking and frozen. Poor Uncle. Interessant ist ja, warum der nicht versteinert ist, sondern quasi schock gefrostet. Ähm, aber das erfahren wir bestimmt noch. Ja, sie ist eben wegen des Diamanten hergekommen, den der Fisch gefressen hat. Den, der hat ihrer Mutter gehört. Und sie hat den Diamanten als Köder benutzt zum Fische fangen. Und tja, ihr kommt schon ewig vor, dass sie ihr Zuhause verlassen hat, um diesen Diamanten zu finden. Und, ähm, ja, sie hat gedacht, dass ihr Onkel, der sich auf dem Meer auskennt, wenn er Captain ist, ähm, vielleicht weiß, wo der Fisch ist. Ähm, what about warming Uncle Catdog and the Smithy? Das wissen wir ja, dass, ähm, die, dass das nichts gebracht hat, weil William und Annie erzählt haben, dass das nicht funktioniert hat. We tried that, of course. I'm not a stupid kid. We already spent like days and days inside Annie and William's Smithy. Also tagelang haben sie sie da am Herdfeuer gehabt, am Schmiedefeuer. William even tried warming his whiskers and bared on the blue hot fire, but they did not, did nothing. I think it's got to be something magical. You know, I was planning to use the sauna, since Uncle is always bragging about how great it is, but the stove just refuses to light up. Also nichts hat geholfen und sie nimmt an, es muss etwas Magisches sein, was ihnen auftaut, wie zum Beispiel die Sauna, von der wir schon gehört haben. Aber leider kriegt sie dort den Ofen nicht an. Hast du trockenes Holz versucht? Wow, I had hoped you would have thought a little higher of me, Mr. L, like I would try to light up the stove without wood or even with red wood, as if I'm almost incited. Almost. By the grim look of the girl, there is more than almost incited. Sie ist gerade ziemlich sauer, weil ich ihr unterstelle, oder sie versteht das so, ich unterstelle ihr, es ohne Holz oder mit feuchstem Holz versucht zu haben. Und, naja, reagiert entsprechend. Sorry I didn't mean that I really think you are a very smart and capable little girl, Zaria. Aren't you a little touchy, Zaria? I was just trying to help. Ich kann mich jetzt quasi entschuldigen oder so ein bisschen vorwerfen, dass sie so empfindlich ist. Ich mach mal, ja, weil sie gerade eh so rumzickt. So I'm touchy, yeah? If you are not willing to help, you're free to leave. M, 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 ja. Sie ist eingeschnappt. I hope you're not still planning on looking for word. Ja, wenn's jetzt ist, da kann ich jetzt quasi sagen oder hoffen, dass sie eben nicht vorhat, nach Word zu suchen. Wenn ich das sag, dann ist sie auch wieder angepisst. Ich frag sie mal nach der Steamwell Company. Yeah, that's where Uncle Cat-Dog works. Dort arbeitet Uncle Cat-Dog. He's their most famous captain. He sailed all the three seas. That's why I came to him. I thought he would know where to find the diamond. Der Cat-Dog ist Captain dort in der Company. Und zwar ein sehr berühmter und bekannter. Und da er alle drei Meere besiegelt hat, hat sie angenommen, dass er vielleicht weiß, wo der daher Diamant sein könnte. Wegen des Diamants, den du verloren hast. Ja, was ist damit? You don't need to search for the diamond anymore. I found it inside a big red fish, but I don't have it on me right now. Ich kann ja jetzt erklären, dass ich den, oder erzähle, dass ich den Diamanten gefunden habe. Ehrlich sein oder lügen. Und so, ja, zu dumm, dass du deinen Diamanten verloren hast. Ähm, ich habe ihn nirgends gesehen. Das macht man natürlich nicht. Wir sagen schon die Wahrheit. That's all right, Lucky. I'm not concentrating on the diamond now. There are, like, massively more important things to focus on right now. Okay, das interessiert sie gar nicht, weil, ähm, sie wichtigere Dinge zu tun hat. Gut, dann schauen wir uns mal hier um. Oh Gott, wie der zittert. Don't worry, Uncle. Mäh. Das knattert ja richtig. Oh, da hat es Kisten. Nichts drin, aber vielleicht runter. Nein. Da ist was drin. Ah, da liegt eine Feder. Oh, noch mal zur Seite schieben. Ich mache hier wieder voll die Unordnung. So, oh, da hinten, da kreischt irgendwas. Das hat gerade ausgesehen wie von einem Affe. Nein, es ist ein Papagei. Kuh, wer bist du? Gubbel, Gubbel. Ja, bist du der Papagei vom Kapitän? Ah, das klingt immer wie andere Tiere, aber nicht wie ein Papagei. Ah, sieh, sieh. Was ist hier passiert? Quack, quack. naja, also ganz viele Tiergeräusche kann er nachmachen, aber reden nicht. Oh, wenn ich nur verstehen konnte, was du sagst, mein Kleiner. Alle diese Geschichten, die du erzählen könntest. Puh. Ein lustiger Papagei, der nicht Menschen, sondern Tiersprache spricht. So, das Seil können wir nicht bewegen. Fisch auch nicht. Kisten. Äh, nicht Kisten, Fässer. Die sind beweglich. Und die läuft immer hin und her. Und da, mach dir keine Sorgen, Onkel, ich friere dich schon auf. Oh, da war aber einiges drin. Sehr schön. Darunter ist nix. Da. Auch nix. Gut. Dann, was haben wir hier noch? Die Sauna. What a strange room. Was für ein merkwürdiger Raum. Kiowas. Ich kann es nicht anzünden. Etwas blockiert das Rohr. Okay, aber es qualmt trotzdem. Also, es scheint ja die Sauna an zu sein, wenn man jetzt hier so diesen Dampf sieht und so. Das heißt, irgendwie müssen wir vielleicht nach oben. Oh, hier ist ein Turm. Ein Leuchtturm. Oder sowas. Okay, so hält er an. Oh, das sollte ich vielleicht nicht machen, wer weiß. Ich meine, im Moment kommen ja eh keine Schiffe, aber vielleicht befreie ich diesen Ort ja von seinem Fluch und das wäre es dann nicht so gut, wenn, ähm, dann der Leuchtturm nicht funktioniert. das Schiff hier ist sogar schon kaputt. Hier, abgebrochen. auch mal wegschieben. Kann ja sein, dass noch eine versteckt. So nach dem Motto, ah, die Entwickler haben bestimmt gedacht, dass dann keiner unter die Kiste guckt, wenn dann die Feder da daneben liegt, aber ich natürlich schon. Klar, manchmal bin ich auch ein bisschen, ähm, vergesse ich sowas auch und denke mir nur, oh, aha. Aber wo ich dran denke, da gucke ich natürlich gerne drunter und schiebe herum. Pflanze vielleicht. Ah, tatsächlich. Siehste, siehste. Und jetzt sind wir hier bei der Steam Whale Company und wollen natürlich auch reinschauen. Und jetzt sind wir hier